Herzlich Willkommen zum Sportrapport, dem Sportpodcast des österreichischen Bundesheers. Mein Name ist Andreas Honea, ich bin selbst Herresportler und heute im Sportrapport freue ich mich, dass ich den dreifachen Kletterweltmeister, Zugsführer Jakob Schubert, begrüßen darf. Herzlich Willkommen. Hallo. Jakob, wie geht's dir in diesen schwierigen Zeiten? Alles gut bei dir? Doch, soweit alles gut. Ich bin gesund, immer negativ getestet worden und ich darf zumindest bei uns in die Kletteralle und trainieren vor dem her. Das ist das Wichtigste. Dann geht's mir immer gut, wenn ich klettern darf. Das heißt, du fühlst dich beim Klettern daheim, dort fühlst du dich am wohlsten. Dann kommen wir auch gleich darauf zurück, wie du zum Klettersport gekommen bist und warum du dich so wohl fühlst. Aber du hast jetzt gesagt, immer negativ getestet worden und damit alles passt und ihr trainieren könnt. Wie war in dieser ganzen schwierigen Zeit mit erster Lockdown, zweiter Lockdown und alles, was noch gekommen ist, für euch die Möglichkeit, dass ihr trainiert? Wie habt ihr Lösungen gefunden? Wie waren die Präventionskonzepte? Erzähl einmal von all diesen Dingen. Ja, Gott sei Dank ist uns eigentlich, was das Training angeht, schon relativ gut gegangen in der ganzen Zeit. Unser Verband hat sich da wirklich extrem bemüht, dass wir trotzdem immer relativ gute Trainingsmöglichkeiten haben. Also natürlich beim ersten Lockdown haben wir auch eine Zeit lang nicht in die Kletterhalle dürfen, haben irgendwie eine andere Lösung finden müssen. Da hat unser Verband eigentlich eben schnell reagiert und so über YouTube Videos von unseren Trainern dann live gestreamt, wo wir dann alle im Garten am Griffbrettl hängen oder manchmal auch ein Campus Board, was so ein Trainingsgerät für Kletterer ist, gebaut und halt schon Crossfit-Sachen, solche Sachen, was man halt einfach ohne irgendwelche Geräte machen kann, dass wir halt halbwegs in Form bleiben. Und ja, dann haben wir Gott sei Dank relativ schnell wieder in die Halle dürfen. Und jetzt beim zweiten Lockdown hat es ja die Zusatzregel gegeben, dass die Spitzensportler schon trainieren dürfen. Vor dem her hat uns das jetzt weniger getroffen und da haben wir jetzt eigentlich immer in die Kletterhalle dürfen. Das, was natürlich auch das Jahr schon sehr speziell gemacht hat, ist, dass wir halt fast gar keine Wettkämpfe gehabt haben, vor allem auf internationaler Ebene. Das war schon sehr, ja, außergewöhnlich, sage ich mal. Natürlich war eigentlich das Jahr geplant, das sehr wichtige Jahr zu sein mit den Olympischen Spielen. Das war natürlich mein großes Ziel, da heuer groß aufzuzeigen und eine Medaille zu gewinnen und das hat sich jetzt auch ein Jahr verschoben. Da steht man manchmal vielleicht schon kurz ein bisschen in der Leere und muss sich andere Ziele setzen. Aber ich glaube, das ist mir ganz gut gelungen. Von daher würde ich es trotzdem ein positives Jahr nennen. Es wäre ja die Olympiapremiere nicht nur für dich gewesen, sondern auch für deine Sportart. Und dann ist sie eben, wie du schon gesagt hast, verschoben worden. Wir hoffen natürlich, dass alles wie geplant jetzt so stattfinden kann. Du hast auch diese kurze Lehre angesprochen. Wie ist es dir wirklich ganz konkret mit der Situation gegangen, als die Nachricht gekommen ist, du wirst nicht dein Debüt geben können bei den Spielen 2020? Ja, es war dann ja doch nicht einfach ganz so vom einen auf den anderen Tag. Also man hat es dann natürlich schon ein bisschen kommen sehen, dass das einfach nicht funktionieren wird in diesem Jahr, die Olympischen Spiele, dass sie stattfinden werden. Vor dem her habe ich dann schon ein bisschen damit gerechnet. Ich muss sagen, als Kletterer hat man ein bisschen das Glück, dass man nicht komplett von Wettkämpfen abhängig ist. Wir haben doch einfach auch noch das Felsklettern, wo man sich Ziele setzen kann, wo man sich entwickeln kann und zeigen kann, was man wirklich drauf hat der ganzen Welt. Das ist als Ehrgeizling doch irgendwie auch wichtig. Und von dem her habe ich heuer einfach auch sehr viel am Felsen realisieren können und mir da eben irgendwie Ziele gesteckt und so auch nicht wirklich die Motivation verloren. Und ja, habe natürlich auch sofort versucht und das tue ich immer noch, das als Chance zu sehen, dass die Olympischen Spiele ein Jahr verschoben sind, einfach als Chance, nochmal besser zu sein, sich noch besser vorzubereiten und einfach ein Jahr mehr Zeit zu haben, in die Form des Lebens zu kommen sozusagen. Du hast jetzt auch das Felsklettern angesprochen. Wie kann man sich da den Unterschied beim effektiven Klettern vorstellen? Ich meine, ja klar, das eine ist in der Halle und das andere ist draußen in der Natur. Aber was verändert sich am Element Klettern selbst, wenn man irgendwo am Fels hängt und nicht in der Halle im Griff? Ja, man verändern sich natürlich auch schon einige Sachen. Das ist ganz klar, man ist einfach in der Natur, oft auch in den Belgen. Beim Felsklettern geht es auch nicht immer nur rein um die Leistung. Es kann auch sein, dass es einfach nur ein schöner Tag mit Freunden, Freundinnen und Kollegen im Freien ist und man da eine schöne Zeit verbringt. Andererseits vom reinen Klettern, klettertechnischen her, ist natürlich am Fels einfach viel weniger vorgegeben. In der Halle ist es viel leichter zu erkennen, wo man klettern muss, wie man das zu klettern hat, weil man halt einfach nur die vorgegebenen Griffe vor sich hat. Am Fels muss man das ein bisschen mehr für sich finden und von dem her ist es manchmal technisch noch anspruchsvoller. 2021 in Tokio wird der Kletterbewerb als Kombinationsbewerb ausgetragen. In der Kletterszene wird das sehr kritisch gesehen. Wie stehst du zu diesem Kombinationsbewerb, der eben erstmalig ausgetragen wird? Ja, also kritisch. Ich glaube, es sind schlussendlich die Wettkampfkletterer und einfach schon sehr viele Verbände und überhaupt Athleten natürlich sehr dankbar dafür, dass Klettern jetzt endlich olympisch ist, dass es bei den Olympischen Spielen ist. Das verschafft unseren Sportern einfach auch nochmal mehr Aufmerksamkeit und hilft auch sehr vielen Athleten finanziell natürlich, so muss man schon auch sagen. Andererseits hat man halt einfach die Kompromisslösung eingehen müssen, dass man dabei ist, dass man halt nur die Kombination hat. Von uns Kletterern ist natürlich die große Hoffnung, dass wir irgendwann einmal unsere drei Disziplinen als Einzeldisziplinen, also sprich drei Medaillenentscheidungen, haben werden. Jetzt müssen wir dabei mit dem Kompromiss leben. Ich muss sagen, ja, ich finde es trotzdem geil, dass wir jetzt einmal bei Olympia dabei sein und ich habe mich schon ein bisschen an die Kombination gewöhnt und hoffe, dass ja, in der er sehr gut abschneiden kann. Und 2024 in Paris ist ja schon der erste Schritt gesetzt, dass das sozusagen aufgeteilt wird. Da gibt es dann zwei Bewerbe, eine Kombination aus Vorstieg und Boulder, soweit ich das jetzt richtig verstanden habe, korrigiere mich bitte. Und der Speed-Bewerb eben einzeln, also zwei Medaillenentscheidungen für den Klettersport. Also anscheinend geht es in die Richtung, die du dir auch wünschst. Ja genau, also es war die richtige Richtung. Also ja, logischerweise war jetzt dann eben jetzt zuerst von den drei auf die zwei Disziplinen, ist wieder eine neue Kombination, die was da eigentlich entwickelt wird, sprich wieder ein anderer Kompromiss, also eine Kombination aus Lead und Boulder und Speed ist abgesplittet. Ist schon mal ein sehr wichtiger Schritt in die richtige Richtung, weil Speed einfach sehr anders ist, wie die zwei Schwierigkeitsdisziplinen. Und ja, hoffentlich natürlich 2,28 dann in weiter Ferne unsere drei Disziplinen. Aber ja, schauen wir mal. Wenn du über Olympia sprichst, sieht man dir die Freude an. Ich meine, du bist schon sehr lange im Klettersport tätig, hast mit zwölf Jahren angefangen und bist auch schon sehr, sehr lange in der Weltspitze aktiv. 2012 in Paris Weltmeister, permanent Weltcup-Siege, die du lieferst und eben 2018 Doppelweltmeister bei der Heim-Weltmeisterschaft in Innsbruck. Also du dominierst den Sport auch international ein bisschen mit. Hattest du immer diesen Traum, dass Klettern olympisch wird, damit du auch einmal Olympia-Luft schnuppern kannst? Oder war das etwas, das du dann einfach gerne genommen hast, als die Entscheidung getroffen wurde? Ja, ich muss sagen, als Jugendlicher habe ich mir jetzt gar nicht so viele Gedanken darüber gemacht. Also natürlich, ich bin immer schon ein extrem sportbegeisterter Mensch. Also ich habe als Kind und Jugendlicher immer schon sehr viele andere Sportarten mitverfolgt, im Fernsehen geschaut und natürlich auch die olympischen Spiele. Ich meine, das ist einfach das größte Sportereignis, was es gibt. Vor dem her, wo ich dann zum ersten Mal davon gehört habe, dass es vielleicht schon auch die Möglichkeit gibt, dass der Klettern irgendwann einmal dabei ist, war das schon irgendwie ein großer Hoffnungsfunken. Und natürlich, wo dann klar war, es wird olympisch, war es sofort ein großes Ziel, bei so einer Veranstaltung einmal dabei zu sein, weil es einfach ein extrem legendäres Event ist. Und da ist es schon eine große Ehre, da als Sportler vielleicht einmal dabei sein zu dürfen. Wie wird der Klettersport in Japan oder in Asien gelebt, gesehen? Glaubst du, wird das ein Spektakel, weil einfach die Fans auch auf diese wirklich spannende von außen Sportart sich schon so freuen? Oder glaubst du, dass es woanders dann noch einmal besser sein könnte? Ich glaube, wir wissen noch nicht genau, wie sehr oder wie normal das Ablaufen kann, das Event. Ob wir dann auch wirklich so viele Zuschauer haben dürfen. Mal schauen, hoffentlich natürlich. Aber ja, schauen wir mal. Auf jeden Fall ist Japan, glaube ich, eines der perfektesten Länder, um die Premiere des Kletterns bei Olympia zu feiern. In Japan ist es schon seit sehr vielen Jahren, vor allem im Bouldern, aber auch in den anderen Disziplinen, ganz vorne dabei. Also da gibt es sehr viele Athleten, die was zur Top-Elite gehören. Und Klettern ist einfach jetzt auch schon seit einigen Jahren, vor allem in Tokio, extrem am Boomen. Also da gibt es zahllose Kletterhallen. Also ich glaube, es gibt keine Stadt auf der Welt, was mehr Kletterhallen hat als Tokio. Und immer wenn ich dort bin, ist einfach extrem viel los in die Hallen. Und der Sport wird dort sehr positiv aufgenommen. Von dem her, glaube ich, ist es super, dass wir dort die Premiere feiern. Aber der Sport boomt auch in Österreich. Das liegt sicher auch an euren jüngsten Erfolgen. Wie glaubst du, ist das neben dem auch noch zu erklären, dass so viele Menschen derzeit in Österreich klettern wollen? Ja, es gibt schon einen richtigen Zeichen-Boom. Also ich meine, ich glaube schon natürlich, ich meine, mir taugt die Sportart extrem. Von dem her muss ich auch Werbung für die Sportart machen. Ich finde, sie ist einfach eine mega geile Sportart und hat jetzt einfach ein bisschen mehr Aufmerksamkeit die letzten Jahre erhalten. Und so kann man einfach mehr Leute dazu, auch die Sportart einmal auszuprobieren. Es ist, glaube ich, einfach ein toller Ersatz vielleicht auch für Leute, die was unbedingt fit bleiben wollen, aber nicht so Lust auf das Fitnessstudio haben. Es ist zudem einfach, glaube ich, ein guter Ersatz, der was einfach auch noch einmal sozialer ist. Also es ist ein sehr sozialer Sportart. Gerade das Bouldern, das, was vielleicht am meisten boomt, ist einfach mega, mit ein paar Kollegen gemeinsam ein Bouldern-Problem versuchen zu lösen. Es gibt immer mehr Bouldern-Hallen und die sind einfach auch richtig gut aufgestellt. Das ist einfach richtig coole Infrastrukturen, wo man einfach richtig viel Spaß an der Sportart haben kann. Und ich glaube, das entdecken immer mehr Leute, vor allem in Städten für sich. Merkst du da auch, dass der mehr Zulauf für den Wettkampfsport dann dadurch automatisch kommt? Oder ist das eigentlich getrennt, also der ganzen Breitensport im Klettern und der Wettkampfsport? Oder wenn das eine profitiert, profitiert auch das andere? Ja, ich würde schon sagen, dass das eine vom anderen profitiert. Also einfach dadurch, dass einfach mehr Leute eine Ahnung vom Klettern haben, lesen auch mehr Leute gern davon in der Zeitung. Dann bringt es die Zeitung vielleicht als Fernsehen auch wieder lieber. Natürlich, wenn die Einschaltquote irgendwo extrem hoch ist, dann wollen sie es das nächste Mal auch wieder bringen. Von dem her profitiert man da schon voneinander, glaube ich. Wie war es bei dir damals? Also wie hast du mit dem Klettersport angefangen? Ich meine, du bist aus Innsbruck, vielleicht liegt das dort eher auf der Hand als in anderen Regionen unseres Landes. Aber wie ist das genau bei dir passiert? Ja, also eigentlich war ich als Kind eher ein Fußballer. Also ich habe mit sechs angefangen Fußball zu spielen und eben bis zwölf habe ich im Verein Fußball gespielt. Und dann kurz bevor ich zwölf war und bin, hat mich auch einmal mein Taufbate mitgenommen in die Kletterhalle in Innsbruck. Damals eben noch die kleine Halle, Stivoli. Und ich bin dann da jede Woche einmal klettern gegangen, weil es mir viel Spaß gemacht hat. Und bin dann eben damals schon vom Trainer oder der, was jetzt dann mein langjähriger Trainer geworden ist, dem Rheinische Ära, gefragt worden, ob ich mal ins Kletterteamtraining reinschnuppern will. Und das habe ich dann gemacht, habe ich einmal ausprobiert und das hat mir halt gleich mega Spaß gemacht. Vor allem auch die Leute, die da mittrainiert haben. Also ich habe da einfach gleich sehr tiefe Freundschaften geschnürt. Und dadurch bin ich dann einfach voll beim Klettern geblieben. Also ich glaube, ich habe über ein halbes Jahr Fußball und Klettern versucht zu machen und mich dann fürs Klettern entschieden. Das war auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Du hast fast alles gewonnen, was man eben schon gewinnen kann bis jetzt. Und jetzt kommt halt nach Olympia, also dort das Medaillen-Set, das man auch noch potenziell gewinnen könnte. Hast du dir am Anfang dann auch Träume, Ziele, Visionen gesetzt, was du alles erreichen möchtest im Klettersport? Oder hast du die Dinge einfach so genommen, wie sie dann passiert sind? Ja, ich glaube, das ist schon eigentlich eher Schritt für Schritt gekommen. Also natürlich, wo ich klettern angefangen habe, habe ich jetzt nicht das Ziel gehabt, irgendwann Weltmeister. Oder ja, schon das Ziel, aber jetzt noch nicht, habe ich natürlich noch nicht gewusst, ich werde irgendwann Weltmeister werden. Ich war eigentlich schon zuerst noch eher im Schatten anderer, sage ich einmal. Und das hat mir, glaube ich, sehr viel geholfen, dass ich zu dem geworden bin, was ich jetzt bin. Also wir haben einfach andere Riesentalente und Sportler in Innsbruck gehabt. Also mit jetzt zum Beispiel David Lama, Kilian Fischhuber, Anna Stöhr, Angela Eiter in Imst und so. Also da hat es einfach andere Spitzenkletterer gegeben, von denen ich sehr viel lernen habe können. Und wo ich eben eigentlich so ein bisschen aus dem Schatten derer dann hervorrücken habe können. Du hast mit zwölf angefangen, das hast du jetzt schon gesagt. Ist das eher spät oder eher früh? Oder ist das egal im Klettern? Ja, ich würde schon sagen, dass es sehr spät ist. Also ich kenne jetzt sehr wenige, die so spät angefangen haben. Die meisten fangen natürlich schon ein Stück früher an. Ich glaube, ja, also bei mir war es kein großes Problem. Natürlich habe ich mich dann ein bisschen später entwickelt. Und eben, wie gesagt, ich war zuerst natürlich sehr weit weg wie jetzt jemanden wie David Lama. Der war genau gleich alt wie ich, aber natürlich sehr viele Jahre voraus einfach. Und habe dann schon ein paar Jahre gebraucht, um da aufzuschließen. Ich glaube, das, was einfach enorm wichtig war, ist, dass ich nichts getan habe, bis ich zwölf war, sondern halt eine andere Sportart gemacht habe und auch schon gelernt habe, was es heißt zu trainieren, hat an sich arbeiten und mich einfach auch, ja, vielleicht anders, einfach athletisch schon weiterentwickelt habe. Von dem her habe ich dann einfach auch schnell im Klettern, glaube ich, lernen können. Das heißt, davon profitiert, dass du allgemein mehr Sportarten mäßig unterwegs warst. Du hast, wie gesagt, schon einiges gewonnen. Und ich habe hier stehen die besten Klettererfahrungen. Die Begehung von Planta de Shiva 9b. Erzähl einmal, was ist das genau? Was versteht man darunter? Und warum war das eine deiner besten Klettererfahrungen? Ja, ich meine, da sind inzwischen eh schon auch noch einige andere dazukommen. Also, Planta de Shiva ist eine der schwersten Routen, was ich bis jetzt geklettert bin am Felsen. Eben wie wir eh schon geredet haben, für uns Kletterer ist einfach der Wettkampf enorm wichtig, aber für viele von uns und vor allem auch mich ist das Felsklettern einfach auch etwas mega Wichtiges. Und das taugt uns extrem. Am Fels kann man sich auch extrem weiterentwickeln. Es gibt einfach Routen auf der Welt, die gehören zu den allerschwersten Routen, die es gibt. Die gehen auch nie verloren, sprich in 20 Jahren kann man immer noch über die reden und kann jemand immer noch die Route probieren, die, was ich damals geklettert bin. Das macht es irgendwie auch cool, weil es einfach in den Stein gemeißelt ist, sozusagen. Wortwörtlich. Sprichwörtlich. Oder wortwörtlich. Und ja, man sucht sich dann oft so eine schwere Route am Fels aus und versucht, in der einfach alles zu optimieren, dass man sie irgendwann schafft. Und da lernt man oft auch sehr viel über sich selber als Kletterer, weil man eben perfekt klettern muss für sich, um die Route zu schaffen und lernt dann, was es eigentlich heißt, perfekt zu klettern, was heißt es eigentlich, effizient zu klettern, wie kann ich mir noch an Funken Kraft sparen, um die Route zu schaffen. Und wenn man da lang arbeitet, um die Route raufzukommen, dann ist das natürlich ein mega Gefühl, wenn man dann das Top erreicht. Neun Beben ist wahrscheinlich ein Schwierigkeitsgrad oder irgendeine Klassifizierung. Du hast jetzt perfektes Klettern angesprochen. Beim Schwimmsport sagen wir immer, ich spüre das Wasser. Versteht natürlich keiner, was wir damit meinen. Und dass man halt da so in ein Flow-Gefühl kommt. Wie kann man sich dieses perfekte Klettergefühl vorstellen? Kannst du das beschreiben? Okay, ich kann mich gut darin identifizieren. Also wir haben zwar nicht den Ausdruck, ich spüre den Felsen, aber eigentlich würde es vielleicht eh Sinn machen, das zu sagen. Und ja, genau in den Flow reinkommen, das ist eigentlich genau das Gleiche bei uns. Also wenn man mal voll in dem Flow ist und gerade jetzt eben, also im Wettkampf jetzt zum Beispiel, da klettern wir die Route immer zum ersten Mal. Sprich, es wird fast nie passieren, dass wir die Route wirklich perfekt klettern. Da schleichen sich immer irgendwelche kleinen Fehler ein. Gerade das ist oft so cool, wenn man irgendeine schwere Route am Fels sehr lange probiert. Weil da probiert man es wirklich so lange, dass es dann wirklich irgendwann vielleicht vorkommt, dass man sich perfekt klettert und einfach keinen einzigen ganz kleinen Fehler macht. Das heißt, ich muss einfach überhaupt nicht mehr nachdenken, wenn ich in die Route kletter, weil alles schon so eingeschliffen ist und optimiert, dass ich da eigentlich den Kopf ausschalte und einfach in dem Flow drin bin und nichts mehr denke, außer der reine Fokus und das Ziel, das Top von der Route zu erreichen. Ist das ein Gefühl, das du auch konservieren kannst, wo du dann später vielleicht von diesem Gefühl dann profitierst, dass du das erleben konntest oder vielleicht beim anderen Beklettern der Route, dass das wiederkommt? Also ist das etwas, was konservierbar ist oder eher nicht so? Ja, schon. Also ich meine, ein gewisses Maß von dem Flow erreicht man eigentlich die ganze Zeit beim Klettern oder überhaupt, ich glaube beim Sporteln. Also das Gefühl kennst du sicher oder wenn man einfach an seine Grenzen geht, dann kommt man immer in so einen gewissen Flow, wo man einfach so konzentriert und fokussiert ist, weil man einfach gerade so am Fighten ist. Und da wird man natürlich immer wieder auch an die ganz tollen Momente, wo man in dem Flow drinnen war, erinnert, wie in einer schweren Route am Fels oder in seiner besten Leistung bei irgendeinem Wettkampf. Ist das auch etwas, was man braucht? Und zum Beispiel gerade beim Felsklettern stelle ich mir vor, dass dieser Gedanke, dass Stürze ja doch möglich sind, dass Verletzungen vielleicht möglich sind. Ist das etwas, was dann im Hinterkopf mitklettert oder kann man das gut abschalten, weil man eben so konzentriert ist? Ja, also es schaltet man komplett ab. Also es ist jetzt auch, ich würde sagen, Klettern ist eigentlich schon eine extrem sichere Sportart, dass ich mich jetzt eigentlich noch nie wirklich bei einem Sturz verletzt. Man klettert ja da auch mit anderen Partnern, die was schon sehr erfahren sind und sehr gut sichern können. Von dem her, wenn der Kletterer es gut drauf hat und wenn der Sicherer es auch gut drauf hat, dann passiert normalerweise wirklich nichts. Aber natürlich kann es manchmal sein, dass man einen echt großen Sturz macht. Vielleicht auch gerade beim Bouldern gibt es vielleicht ein paar blöde Stürze manchmal auf die Matten, also vor allem am Felsen. Beim Wettkampf ist sowieso immer alles volle sicher. Aber sowas wie Angst schaltet man natürlich schon komplett aus, wenn man mal in dem Flow ist. Und das ist eh manchmal ein bisschen gefährlicher. Also man muss sich davor schon lernen, welche Schlinge man einhängt und welche nicht. Weil am Fels kommt es ja ständig vor, dass man einige von den Schlingen auslasst und nicht einhängt, weil man sich natürlich jedes bisschen Kraft sparen will, was geht. Aber man muss natürlich schon so viel einhängen, dass man im Fall eines Sturzes halt immer noch sicher ist und nicht auf den Boden fällt. Du hast jetzt auch den Aspekt des Kraftsparens angesprochen. Ich habe im Sommer 2020 zum allerersten Mal einen Wettkampf von euch live gesehen, bei diesen Sommerwettkämpfen, die der Kletterverband gemacht hat. Und da hat mich fasziniert, dass ihr, als ihr herausgekommen seid aus eurem Bereich und dann die Route zum ersten Mal gesehen habt. Ich glaube, das war ein Boulder-Wettkampf, wenn ich es jetzt nicht falsch mir gemerkt habe. Und dass ihr mal überlegen müsstet, wie gehe ich dieses Problem an? Weil man wahrscheinlich eben mit seinen Kräften haushalten muss und in der vorgegebenen Zeit diese Route zu lösen. Gibt es da verschiedene Strategien, die man wählen kann? Zuerst einmal probieren und schnell scheitern, damit man dann schneller wieder probieren kann? Oder welchen Lösungsansatz wählst du da? Ja, also man von dem unterscheidet sich natürlich das Bouldern sehr vom Vorstieg klettern. Aber ich würde sagen, in beiden Disziplinen ist Taktik natürlich ein sehr wichtiger Aspekt eigentlich. Gerade im Bouldern, ja, der große Unterschied zwischen Bouldern und Vorstieg ist, dass ich im Vorstieg habe nur den einen Versuch. Und wenn er in die Hosen geht, dann ist es vorbei. Und im Bouldern habe ich meine Zeit, meine fünf Minuten auf dem Bouldern und ich darf so oft probieren, wie ich will. Aber natürlich ist es sehr wichtig, den Bouldern so schnell wie möglich zu klettern, weil die Versuche zählen. Sprich, wenn ich mehr versuche, wie jemand anderer für den Bouldern braucht, dann werde ich hinter ihm liegen. Und deswegen ist natürlich auch oft der erste Versuch extrem wichtig, weil das Beste, was man auf dem Bouldern schaffen kann, ist, den ersten Versuch gleich zu lösen. Und deswegen nimmt man sich schon oft relativ viel Zeit, den Bouldern gleich richtig gut durchzuplanen, dass der erste Versuch hoffentlich gleich der allerbeste ist. Als das nicht geklappt hat, habe ich bei einigen deiner Kollegen auch gesehen, dass sie sich sehr stark geärgert haben. Also dieses im Moment ärgern und vielleicht aber dann doch drüberstehen müssen. Gibt es dafür Taktiken, damit man sich eben nicht vom Ärgern sozusagen ablenken lässt? Gibt es da mentale Werkzeuge, die er verwendet? Oder muss man das einfach in dem Moment durchleben? Ja, ich glaube, da gibt es sehr verschiedene Strategien und natürlich auch vor allem sehr verschiedene Persönlichkeiten. Die anderen ärgert es mehr, die anderen weniger. Das habe ich immer zum Beispiel extrem beeindruckend an die Japaner gefunden, zumindest nach außen hin. Aber ich glaube schon, dass es nach innen hin auch so ist. Deswegen sind sie auch so erfolgreich im Bouldern. Es kommt mir vor, dass sie sich von nichts draus bringen lassen. Und das ist auch etwas, was ich natürlich versucht habe zu lernen über die letzten Jahre als Kletterer natürlich. Also gerade im Bouldern ist es enorm wichtig, wenn man jetzt zum Beispiel einen ersten Bouldern hinter sich hat und man richtig schlecht war in dem. Man weiß, dann haben schon fünf Leute geschafft und ich habe es jetzt nicht geschafft. Jetzt schaut es echt schlecht aus, aber es kommen noch drei Bouldern. Da ist es natürlich auch eine enorm wichtige Fähigkeit, komplett abzuschalten, das den ersten überhaupt gegeben hat und in den zweiten reinzustarten, als wäre es der erste. Und ja, das ist manchmal schwieriger, als ich das jetzt gerade beschreibe, aber es ist eine wichtige Fähigkeit. Sehr spannend, wie der Kopf auch mitklettern muss, auch wenn das jetzt blöd klingt. Olympia haben wir schon angesprochen, auch Richtung Paris und hoffentlich der Wunsch Los Angeles 2028, dass es dann die Einzelbewerbe sozusagen gibt. Wenn du noch weiter in die Zukunft schauen möchtest und das Ultimative in deinem Sport, was du noch erreichen möchtest, was wäre das, wenn du das benennen müsstest? Ja, ich meine, ich glaube, neben Olympia sehe ich mich schon vor allem auch noch sehr viel am Felsen. Also es gibt schon noch enorm viele Sachen, was ich am Fels einfach erreichen möchte. Also 224 habe ich mir auf jeden Fall noch als großes Ziel bei Olympia gesetzt. Wie lange dann noch meine Wettkampfkarriere weitergeht, kann ich jetzt noch nicht beantworten, aber gerade am Felsen, glaube ich, werde ich mein ganzes Leben lang noch tätig sein. Hoffentlich noch einige Jahre auf sehr hohem Niveau. Also ich möchte natürlich schon auch noch versuchen, am Felsen neue Maßstäbe zu setzen, die schwersten Routen der Welt klettern und probieren. Und ja, dann irgendwann natürlich auch, wenn es vielleicht von der Fitness ein immer lang für die allerschwersten Routen irgendwelche anderen Abenteuer am Fels erleben, sei es irgendwelche Big Walls wie im Yosemite, was vielleicht jeder jetzt schon von einem Free Solo Film kennt. Aber andere Sachen, es gibt immer noch viele Felsen zu entdecken auf der Welt, glaube ich, die, was noch nie beklettert worden sind, wo man auch noch neue Routen einrichten kann. Also Potenzial gibt es genügend. Ist das auch etwas, was dich an der Sportart fasziniert, dass es eben neben dem klassischen Wettkampfsport noch so viele Dinge und Elemente gibt, die man auch vielleicht lebenslang machen kann? Ja, auf jeden Fall. Also Klettern ist so unglaublich vielfältig und ich habe das Gefühl, man kann einfach nie langweilig werden in der Sportart. Also im Wettkampf klettern ist es extrem abwechslungsreich. Man hat eigentlich jedes Training das Gefühl, dass man irgendwas komplett Neues macht, weil man einen neuen Zug macht, vielleicht einen ganz neuen Griff findet. Also gerade am Fels ist es sowieso so, dass es immer eine ganz neue Felsform haben kann, andere Strukturen, einen Griff, was man noch nie gesehen hat. Da geht es dann auch noch irgendwie um das Landschaftliche oft, dass man irgendwie an einem Fleck ist, wo man davor noch nie war. Also ja, gibt es einfach noch enorm viel zu erleben. Also auf jeden Fall noch ganz viele Dinge, die du machen kannst. Wenn du jetzt mit deinem Wissen, mit dem, was du jetzt alles weißt, kannst, erlebt hast, deinem Ich mit zwölf oder vielleicht sogar schon vorher ein paar Ratschläge geben möchtest oder müsstest, was würdest du dir selber so mitgeben? Ja, ich meine, ich muss sagen, ich bin mit meinem Lebensweg eigentlich sehr zufrieden und eigentlich schon auch sehr stolz drauf. Von dem her, was ich gar nicht immer so viel sagen würde, manchmal wäre ich eher lieber gern nochmal ein Jugendlicher oder ein Kind, weil da ist man irgendwie noch so frisch und kann alles nochmal neu erleben. Aber ja, natürlich, vielleicht würde man gerade, wenn es jetzt um den Wettkampfspot geht und auch um das Felsklettern ein paar Tipps geben, wie ich solche schweren Sachen angehe. Ich glaube, was jetzt zum Beispiel im Sport einfach immer extrem wichtig ist, ist das Selbstvertrauen und dann sich selber zu glauben. Zum Beispiel, glaube ich, hätte ich viel früher schon so schwere Routen am Fels klettern können, wenn ich gewusst hätte, dass ich das drauf habe. Aber ich glaube, mit 18, 19 habe ich mir gedacht, boah, na, das ist weit über meinem Können und das brauche ich gar nicht probieren. Und ich würde mir, glaube ich, jetzt sagen, hau die ein, das geht schon. Gab es dafür einen prägenden Moment, einen Moment, wo du gesagt hast, ich kann das wirklich? Also irgendwas, was dich richtig geprägt hat? Ja, ich glaube, da hat es schon ein paar Sachen Momente gegeben. Also wie ich davor schon angesprochen habe, was jetzt zum Beispiel für meine Entwicklung einfach extrem wichtig war, war, dass in Innsbruck so viele andere Spitzenathleten am Trainieren waren. Und ich glaube, es hat mir schon extrem viel bedeutet und viel in meinem Kopf verursacht, wo ich einfach gesehen habe, hey, das sind der David Lama oder der Kilian Fischhuber und die sind an der Weltspitze. Und hoppala, ich kann eigentlich im Training schon mit denen mithalten. Ich bin vielleicht gar nicht so weit von denen weg. Ich kann vielleicht sogar einen Zug oder einen Polar schaffen, was sie nicht schaffen. Und das verursacht natürlich auch in einem Jugendlichen schon sehr viel. Das lässt sich in der Formel sehr viel Selbstvertrauen haben und das hilft dann auch extrem, um bei Bewerber erfolgreich zu sein. Und aktuell in Innsbruck sind ja auch, ich glaube, 15 Heeresportlerinnen und Heeresportler oder insgesamt für den Klettersport, also sehr viele, vor allem für eine frische, junge, olympische Sportart. Glaubst du, ist das auch ein Erfolgsrezept, dass der Sport in Zukunft wachsen kann und erfolgreich sein kann? Ja, denke ich schon. Also natürlich, so wie es damals der David oder der Kilian für mich waren, hoffe ich, dass ich auch irgendwann einmal so jemand für unsere Jugendlichen jetzt in Innsbruck sein kann und mithelfen kann, dass sie sich genauso entwickeln, wie ich das habe. Ich meine, das heißt nicht, dass ich mich fertig entwickelt habe. Also ich glaube auch, ich habe immer noch sehr viel zu lernen und da hilft es natürlich auch, dass andere Spitzenathleten in Innsbruck trainieren. Gerade die Jungen haben oft ganz andere Ideen oder vielleicht ganz neue Techniken, die man davor noch nie gesehen hat, von denen ich auch wieder profitieren kann. Von dem her profitieren wir alle voneinander und ich hoffe schon, dass das das richtige Rezept ist, dass wir 2024 vielleicht nicht nur die Jessica und mir, sondern noch ein paar andere dabei haben werden. Du bist ja sicher für viele in deiner Sportart auch ein großes Vorbild. Jetzt würde mich interessieren, was das für dich persönlich so bedeutet, wenn du weißt, dass andere Menschen dir nacheifern, dir nachstreben. Das bedeutet mir natürlich viel und ist eine große Ehre, aber natürlich schon auch eine große Verantwortung und ich versuche, mich schon auch der zu geben und auch danach zu verhalten. Also ich versuche schon, vorbildlich zu trainieren und mir vorbildlich zu geben, weil wenn wir die Jungen in Innsbruck beobachten, dann will ich denen schon auch was Gescheites zeigen. Und anscheinend funktioniert das auch. Danke, lieber Jakob, für deine Einblicke. Danke für deine Gedanken und danke, dass du beim Sportrapport warst und alles Gute noch für die Zukunft. Vielen Dank. Und danke auch euch fürs Zuhören und Zuschauen und ich freue mich schon beim nächsten Sportrapport wieder auf euch. und ich freue mich schon beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.